Für 99 Prozent der Leute ist es eigentlich unvorstellbar, dass du dort mit Skiern herunterfahren kannst. Das eine Prozent, dass wir eigentlich sind, wir haben eigentlich diese Vision, dass es gehen könnte. Und es geht jetzt nicht darum, dass ich mich der Gefahr aussetzen will, sondern dass ich schauen will, ob es wirklich möglich ist. Und wenn es möglich ist, das Gefühl ist genial. Ich stehe oben und halte kurz rein, konzentriere mich und dann fahre ich. Sprecher arbitratorn